An einem strahlend schönen Wintertag wurden im Botanischen Garten Potsdam Mädchenträume wahr. Denn unsere frisch gekürte Miss Blickpunkt erwartete ihr erstes professionelles Fotoshooting. Bevor es ans Posieren ging, begab sich unsere Miss Blickpunkt, Bianca Dobczynski, zunächst in die fachkundigen Hände der Visagistin. Puder, Rouge, Wimperntusche, Lippenstift und Lockenstab verwandelten Bianca so sehr, dass sie sich bei der finalen Begutachtung im Spiegel selbst kaum wiedererkannte. Modedesignerin Ulrike Sim steckte unsere Miss Blickpunkt zu Beginn in ein langes, elegantes, schwarzes Kleid. Noch ein paar ergänzende Accessoires und dann konnte es auch schon mit den ersten Bildern inmitten der botanischen Kulisse losgehen. Fotograf Bernd Kröger gab letzte Anweisungen und dann stellte Bianca ihre noch ganz frischen Modeltalente unter Beweis. Fotograf Bernd Kröger Die Abschiedsbilder des Tages absolvierte Bianca in einem traumhaften weißen Hochzeitskleid mit langer Schleppe. Das Posieren meisterte sie inzwischen wie ein Profi. Zum krönenden Abschluss eines ereignisreichen Tages bekam unsere Miss Blickpunkt 2012 durch Chefredakteur Thomas Morgenstern den Gutschein für die Mittelmeerkreuzfahrt überreicht. Erschöpft, aber glücklich ist Bianca am Ende dieses aufregenden Tages, von dem sie sicher noch lange zehren wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017